Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Das Richtige. Vertrau mir. Sir, alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verlogen. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Bei all dem Truppel befürchtete ich das Schlimmste. Apropos, der Arkenneid hat eine Panzerschwadrone in die Stadt beordert, um die Kontrolle wieder zu übernehmen. Zum Glück ist die EMP-Waffe, die sie angefordert haben, nun bereit. Danke, Alfred. Dann heißt das, es gibt gar kein Gegenmittel. Du hast den Burschen schuften lassen? Obwohl er Barbara hätte retten können. Das war grausam, egoistisch. Nein, nein, nein. Sag nicht, er ist weg. Er ist noch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Ich schicke Verstärkung. Finde ihn. Guten Tag. Bitte, Luca. Bitte, ich warte. Ich versuche mir den Burschen und die Erwecke. Bitte, ich warte. Ich versuche mir die ER-Burschen. Ich versuche mir über die EMP-MAS-MAS-MAS. Oder bitte, ich versuche mir die EMP-MAS. Ich versuche mir die EMP-MAS-MAS-MAS-MAS-MAS-MAS. Er wurde mit einer EMP-MAS-MAS-MAS-MAS. Was für... Schichten. Das sind nur Geschichten. Gerüchte. Die denken, dass sie das kaputt... Aber wenn du jetzt... Soll ich mir den Geschmack? Vielleicht hat er genug. Ich sehe den Schmack. Wird gut aus. Ich bin sehr schwer. Es ist nicht nur eine Stimme. Ich bin der Schloss. 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 Upgrade video Diese elektromagnetische Impuls wurde entwickelt, um Drohnen-Zielsysteme zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Alfred, der Cloudburst, wie sieht's aus? Der Batwing hat seine Scans der Stadt noch nicht abgeschlossen, doch es gibt keine Spur davon. Gib sofort Bescheid, wenn du ihn hast. Natürlich. Es gibt zwei neue Entwicklungen, die ihre Aufmerksamkeit bedürfen. Erstens messe ich untypische, seizmische Aktivitäten auf mir gar nie. Zudem wollte ich sie wissen lassen, dass ich Lusche seit langem nicht kontaktieren kann. Das ist sehr ungewöhnlich für Mr. Fox. Ein Besuch im Waintower wäre angebracht, um zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das merkt nicht. Ab zum Waintower. Der Waintower ist abgeriegelt, Sir. Der einzige Weg hinein führte mit den Aufzug in der Tiefgarage. Das ist meins. Der stetigste Treffer. Prämierziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Der Waintower wurde ausgeschaltet. Ich verkehre ihn. Rattler getroffen. Wer macht es nicht mehr lange? Er macht es nicht mehr lange. Noss, Alter! Mal sehen, was hier abgeht. Ich dachte, Sie hätten es raus geschafft. Das klingt schlimm da draußen. Was machen wir denn jetzt? Keine Sorge. Das wird bald ein Ende haben. Bruce Wayne. Mr. Wayne. Ich habe soeben das Gebäude abgesichert. Stimmt etwas nicht? Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Ich hatte Sie heute Abend hier nicht erwartet. Habe ich etwas verpasst? Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Fox. Was geben wir jetzt da einfach? Ah, okay. Ich dachte, ich werde Bruce Wayne ausbeginnen. Ich habe endlich Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen auf der Party. Tun Sie nichts dummes, sonst braucht Wayne Enterprises einen neuen CEO. Alfred, ich bin am Wayne Tower. Wir hatten heute Abend einen Eindringling. Er hat Lucius. Meine Güte. Wissen Sie, wer es ist? Der Identitätsdieb. Thomas Elliot. Der Chirurg? Großer Gott, Sie waren doch unzertrennlich. Gewissermaßen sind wir es noch. Er hat sein Gesicht mithilfe der Haut seiner Opfer rekonstruiert. Er sieht jetzt aus wie Bruce Wayne. Aber warum würde er so etwas tun? Er sagt, es sei persönlich. Ich werde herausfinden, warum. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten, Sir. Das überlege ich mir nur. Das überlege ich mir nur. Das überlege ich mir nur. Vielen Dank.